Hallo meine Lieben, ich bin's, euer Prinz Maren, Max zu Schaumburg-Lippe und heute bin ich Judge, also Wertungsrichter bei einer Model-Competition. Und da sind die Jungs und Mädels schon alle versammelt, die bereiten sich jetzt vor, weil das natürlich eine ganz große Sache ist. Und als Judge muss ich mir natürlich genau anschauen, was die heute hier so machen. You excited? Yeah, totally excited. Oh, yeah, very excited. Und jetzt werde ich dann eben Judgen, was sie alle machen, die bereiten sich da alle gut vor und haben mega Spaß. Also ich freue mich schon richtig, denn es wird fun. Und ich werde euch da ein bisschen mehr, wie wir es noch von der Bühne schon zeigen. Ich habe mittlerweile an diesem Wertungsrichter-Tisch Platz genommen. Da haben wir unsere Listen mit den verschiedenen Contestants. Da müssen wir als erste Runde ausfüllen, wer am besten aussieht und in der zweiten Runde werden dann noch Fragen gestellt. Hier sind die anderen Judges. Und ich habe das ja schon mal gemacht für Miss USA und heute eben für Superbots Nation, also die besten Bodies von Amerika. Prinz Mario Max, please stand, he is a Hollywood TV star, Golden Halo 2016 Best Actor Award, you can find him on VH1 Monday evenings out of the K. Michelle Show. Again, he's a royal prince from Germany, thank you for being here. Everybody, give him a big round of applause, everybody. Musik 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 Musik